Im spanisch-marokkanischen Krieg kämpfte Spanien gegen Marokko in den Jahren 1859 und 1860 um eine Erweiterung der spanischen Besitzungen in Nordafrika. Dieser Konflikt wird auch erst der Marokkanische Krieg, in Spanien oft Afrikanischer Krieg genannt. Später setzte Spanien seine Expansionsbestrebungen in den Riefkriegen 1893, 1909 und 1921 fort. Verlauf Der marokkanische Sultan Sidi Mohammed IV. hatte gerade die Macht von seinem verstorbenen Vater übernommen und kämpfte mit inneren Unruhen. Als die Bewohner des Riefs im September 1859 in die spanischen Besitzungen in Nordafrika einfielen, Spanien gelang es sie zurückzuschlagen und verlangte nun von der marokkanischen Regierung als Entschädigung und als Garantie für die Sicherheit seiner afrikanischen Besitzungen die Abtretung eines Gebiets. Die eingeleiteten Verhandlungen blieben ohne Resultat und am 22. Oktober 1859 erklärte Spanien Marokko den Krieg. General Leopoldo O'Donnell erhielt den Oberbefehl über die aus 35.000 bis 40.000 Fußsoldaten, 2.000 Mann Kavallerie und 150 Geschützen bestehende spanische Heeresmacht. Er wurde zwar anfangs von den Kabülen und Maurern der Ebene ungefähr 60.000 Mann Reiterei heftig angegriffen, drang aber bald siegreich vor. Nach vielen kleinen aber sehr blutigen Gefechten besetzten die Spanier am 4. Februar 1860 die Stadt Tetouan und nach einer am 23. März westlich von Tetouan erlittenen entscheidenden Niederlage In diesem Krieg kamen 10.000 Menschen ums Leben. Get zach.'" Togeln 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 Vielen Dank.